Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, und unsere Kinder sagen auch hallo. Ja, genau. Es ist wieder mal Zeit zur Bethelhaar. Ganz genau. Hallo, das ist auch wieder mit. Ja, Sudi, wer euch höppert, wenn ihr sagten, wir kommen wieder mal zur Bethelhaar mit unserem nächsten Video. Heute ist wieder mal Zeit. Heute ist wieder mal von Mario Kart Art die letzte Booster-Code. Was? Die letzte? Was soll das heißen, die letzte? Also, nur sei es Taggen sind es not. Die sechste Welle ist schon jetzt zum Haus gekommen. Und deshalb fahren wir dahin zu der sechsten Welle. Wir fahren erst mit dazu dieser Eise-Cup. Oh, also die Eise. Ah, das ist sehr schön. Und wer fährt eigentlich auf der Eise? Ich weiß, Baby Joselina, du warst so mal gewesen. Ja, und mein Sohn auch, oder, Baby Mario? Genau. Daddy, das war schön gewesen. Ja, danke. Und wer fährt eigentlich mal in diese Eise-Cup? Das ist einer. Na, von dir solltest du wissen, Daisy. Hm? Was denn? Ist, aber ich war so mal auch mal gewesen. Nein, du doch nicht. Einer von denen fährt in die Eise mit. Oh, weh. Ist das eigentlich, Sudi? Kannst du es uns sagen? Okay, dass ihr alle Kinder, als ihr hier seid, die Person, die überhaupt in der Eise-Cup fährt, ist sie genau da, wo es ist. Na, sehen wir mal. Also, wenn ich es nicht bin, oder Mario, oder Pete, oder Baby Joselina, Baby Mario, wir waren so mal. Und du warst auch mal gewesen, Sudi. Aber warte mal. Du meinst doch nicht, Ebba, nicht? Die Person, die überhaupt in die Eise fährt, ist ja... Ja, genau. Die Person, die überhaupt in die Eise fährt, ist deine Tochter, Baby Daisy. Hm? Ich? Ja. Ah, du, genau. Du fährst da hin. Hm? Mami. Oh, meine Schwester fährt in der Eise-Cup? Oh, das hat ich nie gehört jetzt. Das hast du nur bei dir gedacht. Also, bitte. Oh, Baby Daisy fährt immer in der Eise-Cup. Hm? Na, jetzt sinken wir uns auf. Das ist ja sehr, sehr gut. Wow, sehr gut. Mhm. Bravo, gut auserwählst du. Na, findest du die Idee wunderschön, Baby Daisy? Mhm. Ja, ich will mich. Oh, mein, kann ich mal auch mal nicht bei meinem Katt fahren? Vielleicht, vielleicht mal, Baby Daisy. Aber deine Schwester ist das Zeit, der jetzt auch mal gut zu lernen. Aber alles dann vielleicht. Ganz genau. Wie sie hält hat, hat sie hält. Komm schon. Jetzt ist deine Schwester Zeit zu kümmern. Du wirst doch deine Schwester feuern, dass sie doch gewinnt. Ja, Mami. Ja, natürlich. Na, na, das ist sehr gut. Und du feierst es auch an. Haben wir uns was da? Warten. Ich freue, dass sie auch sie an. Ich was vorhin. Das will nicht passieren. Hm. Ja. Ja. Also, Baby Daisy, bist du bei heute? Ja. Das ist sehr gut. Also, aufgepasst. Hier kommt. Hier ist die Eisecup. Ja, aber trotzdem. Wir wissen doch nicht, was in der Eisecup eigentlich ist, Valu... äh, Sudi. Das wirst du uns noch sehen, Valuweensee. Wir gehen jetzt, jetzt an. Hier ist die Eise. Darf hast du hin, Baby Daisy? Hey, Baby Daisy. Oh, guck mal. Das ist also die Eisecup. Ja, sieht ganz genau aus. Und hier sind die Baby Daisy-Fan. Als erstes haben wir Home. In... das Platz. Das kann man erkennen. Da ist das Kolosseum. Ja. Als nächstes ist es DKs Bergland. Oh, wirklich? Es heißt wirklich so. DKs Bergland. Und guck mal, Daisy. Da ist noch eine Daisy-Piste. Was? Ja, da. Daisy-Piste. Oh, das ist ja wunderschön. Oh, guck mal, da bin ich mit meinem Mann. Wir tanzen wunderschön. Sieht ganz schön aus. Und das andere ist irgendwas mit... Ähnlich wie was? So, Ozean. Irgendwas mit Pflanzen. Naja, egal trotzdem. Also, meine Tochter, willst du versuchen, das zu fahren? Das ist sehr gut. Ja, geh mal hin. Als erstes fachst du an Home. In Italien. Genau. Neoni war schon mal in Italien gewesen. Aber nicht in Home. Aber woanders war sie gewesen. Ja. Hat sie auch mal das Kolosseum gewesen? Opa, wir haben doch gesagt, sie war in Italien. Aber nicht in Home. Oh, guck mal. So sieht das wunderschön aus. Ja, es ist ganz schön dunkel. Ah, du hast das wunderschön in der Auto gesucht. Du magst doch die Haupte, oder? Mhm. Gut. Geht los, Baby, Daisy. Opa, Pies ist ein Erster. Hallo. Hallo, ich bin hier. Gut so. Hol sie sehr gut ein, meine Tochter. Okay. Gut, du musst die Bananen so gut halten. Wir wollen nicht, dass du dir eins tippst. Kona, da kommt eine... Oh, das ist gut. Gut, dass du die Bananen noch hast. Ja. Komm, das ist ein. Ich habe keine Sorge. Die anderen, äh... Oh. Na, jetzt ist der Blitz da da. Die kann sowieso hintereien. Oh, guck mal. Die wurde sich gerade zu, die Bananen zahle getroffen. Ja, sieht ganz smart aus. Gut so, meine Tochter. Fahr, so wie du es kannst. Ja, Mami. Oh, meine Svesta. Ich glaube, sowas hätte ich auch mal gefallen. Ich habe doch dir gesagt, Baby. Wenn sie vielleicht mal anders war, fährst du bei Mario Kart da. Passporn. Ja. Aber eins kann ich sagen. Hol ist ja eine... Eine wunderschöne... Ist das? Ja. Also laut sein. So wunderschön. Na, schön. Oh, Vorsicht, Baby. Die sind nicht so da immer, als sie aus der Kurve fahren. Ey. Der Geist hat die Bananen zahle weggenommen. Nicht so, sie hat noch... Sie hat immer noch die Sildküte. Ja. Trotzdem. Ja. Und ja, jetzt hat der Geist alle Bananen zahle weggenommen. Das ist doch wirklich zu fassen. Auf jeden Fall ist meine Tochter immer noch erster. Ja, Minis. Achtung, Baby Daisy, da kommt eine blaue Sildküte auf dich. Was? Also, Pete, muss ich das wirklich so meine Tochter sagen? Nur eine Warnung war das. Ja, genau. Wie Warnung, wie Sohn gesagt. Ich gewinne, Mami. Meine Schwester gewinnt? Das glaub ich's nicht. Natürlich glaubst du nicht. Deine Schwester gewinnt. Ja, sie ganz so raus. Nein. 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 Oh. Geht, geht, geht. Es ist nicht. Nicht. Aber guck mal, es ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Ja. Die erste Hunde bei den Ice Cup. Ja. Oh, guck mal. Ich bin hinvertittert geworden. Oh, wie ist das? Ja, genau. Seid ihr beide auch. Oh, das hat Spaß. Jetzt kommt die nächste Hunde. Ja, die nächste Hunde kommt jetzt. Du bist jetzt in den Hohn gefahren und jetzt gehst du so die Kells Bergland. Ich frage jetzt, wo mir eigentlich die Kells Bergland eingeliehen ist. Na, was ist die Kells? Äh, wer ist gehört, dass Ice ist ein Berg? Er hat vielleicht bis zu ihm den Berg gefunden. Hm. Komm. Das sind wir auch. Oh, der Bär gucke ich aber wirklich böse, kann ich sagen, weil der guckt nicht so glücklich. Ja, das sieht ganz schön aus. Okay, halt. Achtung, Baby Daisy, es geht ganz schön hoch werks. Ja. Guck mal. Du fährst ja ganz schön wunderschön. Ach du, jetzt siehst du. Siehst du, da guckt der Berg ist böse. Naja, Wokane gucken nie, dass er glücklich ist. Aber es gibt ja Berge, die auch mal zu nett sind. Ja, aber wo siehst du Berge, die noch nicht so böse gucken? Also eines kann ich sagen. Aber ich denke jetzt nur, dass jeder hier eine besondere Haut hat oder eben komische Musik. Gut, so alt ist hier, könnte immer sein hinten. So, oh, guck mal, die Pöcke, bewegen sie es. Oh nein! Ja, und das war Baby Daisy, sie ist fast, ne? Oh nein, Baby Daisy, du hast sie schon kurz losgelassen. Keine Sorte, immerhin ist sie noch erst da. Oh, guck mal, sie hat erst erst Bananenzahre. Ja. Oh nein, der Blitzer war erst da. Also dann ist sie noch sehr hoch gestartet. Aber leider sind alle Bananenzahre runtergeblumpt. Ah, diese Bergehüten sind aber ganz schön. Ja, und wie sie schön sind. Guck mal, hier sind Felsen. Ja, sehr gut, Acht geht Baby Daisy. Die Felsen können dir abknallen. Ah, der Sorte, Mami. Ich passe mir sehr gut auf. Ich passe mir sehr gut auf. Wuhu! Oh. 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 So, die der Sorte, not. Oh nein, die blauen Silke. Oh. Oh, ja, genau wie wir dich das nehmen, wenn ich mit der Bananenzahre. Oh. Oh, gut, dass ich sie noch weggemalt habe, bevor die neue Silke ankam. Oh, ja. 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 Ah, guck mal, du hast ihn dann getroffen! Ja, aber keine Ahnung was. Ah, tust du jetzt die Bummel jetzt hinten? Ja, was denn? Die Bummel kann doch auch ihr helfen, wenn irgendwas hinten kommt. Ja, und der Silke geht wieder an Baby Daisy, die seid der Hunde. Ja, sieht ganz schön aus. So wieder hat sie eine Nenahina gesauft, als ich bin so wieder Töter geworden. Oh, Baby Luins und Baby Peats, ihr macht auch irgendwas. Und komm zum Mami. Ja, Mami Luins. Ja. Immerhin ist es vorbei. So, jetzt kommt meine Lieblingspiste. Atom Baby Daisy, jetzt fährst du in meiner Piste. Oh, Baby. Ja, pass mal auf, hier kommt sie. Oh, ich frag es so, es gibt ja noch nicht auch viele Alten von Pisten. Ja, kein Wunder also. Deine sieht wunderschön aus. Ja, guck mal, das sind wir. Oh, guck mal, Baby Luins und Baby Daisy sind auch da drauf und tanzen mit. Was, wirklich? Ja, okay, ich hab sie gesehen. Oh, du musst es mal ansehen. Na ja, wenigstens fährt Baby Daisy jetzt. Ja. Da ist sie, immer wieder eine Statue, da. Achtung Baby Daisy, oh. Da, da sind sie, wo? Da? Oh ja, ich seh sie, ja. Da sind sie eine Statue. Oh, Baby, wir sind da drauf. Ja, du hast recht. Und wo bin ich als Statue? Du wirst nicht in meiner Piste getauft. Wieso, kein Wunder, warum wir eine Daisy Piste nennen. Oh, du bist gar nicht gesprungen. Ich lieg jetzt an der Balance aber. Achtung, da kommt die blaue, wo das Hüttegürtel. Gut. Guck mal, Baby Daisy, du kannst hochgehen. Ja. War sehr gut, oh nein. Ah, dieses dumme Tinte war hier wieder her. Ich seh nix. Oh, da oben wir sehen. Au. Ja, die Kegel, au, ja. Die Kegeln sind auch wirklich im Weg. Oh, nein, nein. Bald gewinne ich. Ja, bald gewinnst du. Also die Kegeln sind ja wirklich wunderschöner als wo ich fahre. Ach, siehst du? Ich wusste doch, das gefällt meiner Tochter sehr. Ja, das sieht ganz normal aus. Ha, hm. Ja, schneller, schneller, schneller. Und bald diesmal hochzufahren. Ist ja immer von, hm. Hm OWN, das ist in den Kühen. Hmmmm. Gut so, Baby Daisy, fahrt sie? Gut. Genau. Oh. Jetzt ist, dass Baby Daisy in die Balancehalle gefahren ist. Ich hau keine Ahnung, wer die Balancehalle hingelegt hat. Wer war jetzt doch? Also auch wenn sie sehr meine Tochter ist sehr gut, aber diese Narina und außer dieser doofe Blitz, Blitzlarm, ja, Blitzlarm, passiert eben öfters mal. Und jetzt kriegt sie nur eine Tinte noch. Das hat auch jetzt gefehlt. Aber guck mal, wenn sie da ist, geht. Ich sehe schnell. Ja, sie sieht ganz schön aus. Ja, mal sehen. Ich frage, wo mir die Hunde nicht gehalten hat. Ja, aber guck mal, Opa Saab, es ist so jetzt vorbei. Baby Daisy hat so wieder mal die Täterhunde mal gewonnen. Ja, hat sie. Juhu. Oh, jetzt war es jetzt anders. Na ja, wohin hat Baby Daisy jetzt gewonnen. So wieder, ja. So, du hast bald gesagt, Baby Daisy. Jetzt musst du nur noch eine, eine nach hinten fahren. Ja, und was ist die letzte? Die letzte ist irgendwas mit einem Meeresuntergang. Aber keine Ahnung, was das ist. Aber wir werden also sehen. Also dann, nichts für ihn. Wir sollen aber nochmal die Hunde mal eine Piste fahren. Ja, eine Hunde, wir sollen die Piste fahren. Und dann gehen wir da hin. Ja, wie schon gesagt, das ist meine nach hinten. Und Opa ist sehr gut, sehr wohl nach hinten hin. Ja. So, ich glaube, das war's. Wir sehen jetzt wieder am Anfang. Nichts für ihn. Oh, sieht das an, an. Die sieht jetzt genauso aus wie Alantis. Ja, kein Wohner. Hier sind aber Wäsche in Wasser untergetauft worden. Oh, ja. Sieht ganz an aus. Oh, ich hoffe, es kann ja sehr gut noch atmen. Natürlich können wir noch atmen. Das ist doch nicht so wie kein Alantis mehr. Ja. Hopp. Haa. Hihi. Hopp. Haa. 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 So, jetzt sind wir wieder in's Tant. Vorsicht, hier sind auch die Pflanzen. Ja, sieht ganz schmal aus. Aber keine Säure. Die Pflanzen tun doch bestimmt nicht. Haa. 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 Oh, nein. Der, der ist wie diese dumme Tinte. Ich hasse irgendwelche Sachen, die eben was kommt. Wer ist Daisy? Ja, wer ist. Oh, das ist sogar nicht gespungen. Natürlich, die Tinte hat jetzt ganz und ist abgenehm. Ja. Haa. 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 辛ida. Haa. Ah, die Hügel sind ja welches was. Ja, da hast du Fischer held. Ich kann es nicht umgehen. Ich kann es nicht umgehen. Ich habe ja keiner was ansehen, aber hier sind ganz und viele Schiffe und Töcke torf worden. Ja, sieht ganz gut aus. Also in Atlantis gab es auch mal Pfeifen? Ja, Pfeifen. Aber ich weiß nicht, dass es nicht so wie in Atlantis ist. Oh nein, der Blitzer. Aber keine Sorte, meine Tochter ist schon gleich wieder entzielt. Gehen. Nein. Und sie ist schon entzielt. Und es ist vorbei. Baby Daisy, du hast jetzt alle Hunden bei der Eisekapp geserbt. Ja, habe ich auch. Ja, nur die rote Sildköte hast du jetzt getroffen. Hm. Ja. Oh, guck mal, Is und Baby Daisy. Wir sind hier entzielt. Ich wurde Täter geworden. Ja, ich bin so. Ja, sicher. Ganz schön aus. Aber jedenfalls, ja. Wenigstens hat meine Tochter so geserbt, wie es aussieht. Sie hat alle mal die Eise nach hinten geserbt. Genau. Und hier ist dein Preis. Der Bokal. Oh, die Bokal. Du bist in. Na, hier kommst. Hier ist der Bokal. Na, sehr mal. Wir werden jetzt fahren, wo du diesen ersten Tag feierst. Du. Feier. Ja, es ist in. Ein Donkey Kong. Ich heißt Bergland. Ach, Sade. Ich hätte gerne, sie hätten in meine Piste gefahren. Oh ja, ich wusste doch, dass sie nicht in deine Piste gefahren ist. Wer ist Opa, Sade? Ja. Da war der Blitzlatt. Ja. Das war nicht anders. Aber guck mal, wie sie in die Berge hübsch gespungen ist. Ja. Und hier auf der Pücke. So. Und hier ist der. Der Bokal. Die Eisebokal. Oh, das ist die Eisebokal? Ja, wie schon gesagt. Die sind dahinter, sind wirklich an das. Ja, da hast du Held. Aber freu dich, du hast ja den Bokal jetzt bekommen, Baby Daisy. Ja, meine Schwester hat es geschafft. Ja. Ja. Und deshalb gibt es jedenfalls ein paar Applaus für dich, Baby Daisy. Ja, ein paar Applaus für meine Tochter. Ja. Bravo, Baby Daisy. Ja. Bravo. Danke. Ja, gut so. Sehr gut, Fettis. Bravo. Ja, das war meine Tochter. gewesen. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Oh, Schwester, das hast du sehr gut gemacht. Ja, sehr gut. Ja. 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 Na, das ist ja jetzt schön, dass Baby Daisy jetzt auch in eine Hunde gefahren hat. Ja, aber trotzdem immer nicht bei mir nicht. Warum kann ich auch nicht mal in Mario Kart fahren? Das ist wieder wie so. Ja. Ja. Ja, ich bin auch nicht mal in Mario Kart gefahren. Oh, pass auf. Ja. Und dann hast du Held, Baby Daisy. Na ja, aber wenigstens ist es jetzt da. Der Cup von den Eise Cup ist es jetzt schon zu Ende. Warte mal. Soll das etwa heißen? Es waren alle Welle. Leson. Nein. Nur ein. Nein, Cup fehlt noch. Bei der sechsten Welle. Das war die Eise Cup. Und als nächstes war, kommt er mit der blauen Sildkröte Cup. Ah, ja. Die, die immer uns immer trifft. Und wer fährt denn dahin? Ja, wie schon gesagt. Das kann ein bisschen die letzte sein. Oh, Sorte. Dann hätte ich so gefällt, dass es noch mehr was gibt. Hm. Vielleicht eines Tats. Vielleicht Opa darf. Aber jetzt ist es gekommen, dass das Video jetzt vorbei ist. Ja. Aus Sorte, dass das Video jetzt vorbei ist. Ich glaube, wenn wir so bald kommen, bald eine nächste Woche bei BH. Ja. Und die nächste Woche kommt es an. Wenigsten hat es euch gefallen, wie das Video gefallen hat. Den. Miau. Ja. Ja. Und hoffen wir sehr. Ihr habt ein bisschen gefallen, wie meine Tochter in Mario Kart gefahren ist. Na ja. Sieht ganz. Sieht mal aus. Daisy. Du bist ganz sehr glücklich heute. Oder? Ja. Ah. Bin ich auch. Ja. Also jetzt ist es gekommen, dass es jetzt egal ist. Alles. So. Wir werden uns zwar wiedersehen. Wir sehen uns bei nächste Woche wieder. Bei BH. Und hoffen wir sehr. Das hat gut gefallen. Ja. Und meine Tochter macht noch die Kamera aus. Weil sie es dir gespielt hat. Gern? Genau, Mami. Mhm. Aber wir sagen noch noch noch. Alle mal süß. Na los Kinder. Seid mal süß. So der kann man haben. Genau. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Okay. Ist ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei BH. Ja. Hm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei BH. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ist halt auch noch noch. Bis zum nächsten Mal bei BH. Ja. Danke. Mhm. Also. Ja. Ich mach jetzt die Kamera aus. Ich mach jetzt die Kamera aus. Ich mach jetzt mich das mal mit. Ja, wir sehen uns. Ich mach jetztивать. Ja, ich möchte hier vorne noch. Ich mach jetzt alles auf dich seminar machen gehen.